In der Teamsitzung am vergangenen Montag war Philipp Kostic, 28, mit seinem Streit noch einmal Thema beeintracht, Trainer Oliver Glasner, 47, Tenor, gut, dass Kostic auf dem Platz eine Reaktion gezeigt hat und das Thema damit abgehakt ist. Was mit der Reaktion gemeint war, Kostic 30, Minuten, Auftritt beim 1,1 gegen den VfB Stuttgart. In der 59. Minute eingewechselt, schoss er den 1,0, Führungstreffer selbst und legte fast noch das Siegte auf. Doch der Ball von Stürmer Raphael Borey, 25, sprang in der Nachspielzeit von der Latte auf die Torlinie und zurück ins Feld. Aber auch so gelang das aus Vereinssicht optimale Comeback von Kostic, dass der abwanderungswillige Serben nach dem geplatzten Wechsel zu Lazio Rom eine zweite Chance bekommen sollte, bei den Bossen schon. Nach der Verweigerung des Abschlusstrainings und des Spiels in Bielefeld, 1,1, klar. Auf höchster Ebene, zwischen dem Hauptausschuss des Aufsichtsrats und dem Vorstand, wurde gleich am ersten Tag des Streiks beschlossen. Kostic fehlen wird nicht verschleiert und als unentschuldigtes Fehlen öffentlich benannt. Aber, dem Serben soll auch die Brücke zur Wiedereingliederung gebaut werden. Auch weil Kostic in den drei Jahren in Frankfurt disziplinarisch zuvor nicht aufgefallen war. David Alaba spricht im Sportbild, interviewer über seinen Abschied vom FC Bayern, die Kritik der Bosse und den Kurs des Real-Rappens. Vor sieben Wochen hat das A-Hochwasser dem A-Weider-BC alles genommen, wie schwer der Wiederaufbau ist und was Hoffnung macht. Die Rehabilitation nahm nach dessen Rückkehr von der Länderspielreise der Serben Schnellformen an. Am Donnerstag fuhr Kostic sofort vom Flughafen zum Vereinsgelände, sprach mit Trainer Glasner und entschuldigte sich bei der Mannschaft. Am Freitagvormittag trat Kostic dann bei Sportvorstand Markus Krasche, 40, im dritten Stock des neuen Vereinsbaus an. Nur eine Viertelstunde lang besprachen beide die Vorfälle. Eine Aussprache mit weiteren Vereinsvertretern gab es nicht. Ein weiteres Gespräch mit Glasner brachte dann die Erkenntnis. Kostic hatte die Nationalmannschaftsreise und den Streik. Wirbel schlecht verkraftet. Trotz guten Einsatzes schlecht trainiert und würde gegen Stuttgart von der Bank kommen. Die Hoffnung, Eintrachts wichtigster Offensivspieler muss schnellstmöglich wieder funktionieren. Mit Kostic als Flankengebe und Kreativköpfen wie der Cikamada, 25, oder Jesper Lindström, 21, soll der Angriff variabel sein und den Abschied von 28, Tore, Stürmer André Silva, 25, Leipzig, auffangen. Mit 21 Flanken ist Kostic schon wieder produktivster Flügelspieler der Mannschaft, obwohl er nur 207 von 360 möglichen Bundesliga-Minuten spielte. Von allen 18 Klubs hat nur der Stuttgarter Borna Sosa, 23, eine Flanke mehr geschlagen. Last Minute, Transfer Sam Lammers, 24, mit 1,91 Metern Eintrachts größter Stürmer, hofft schon auf Kostic hereingaben, als Stürmer musst du von ihm profitieren. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusammenspielen. Für den Moment hofft die Eintracht, das Thema Kostic, Vertrag bis 2023, beendet zu haben. Doch bis zum Öffnen des Winter, Transferfensters sind es nur 13 Ligaspiele. Und der Umgang mit möglichen neuen Anfragen wurde in den Versöhnungsgesprächen nicht thematisiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020